guten morgen morgen ja guten morgen leute ich rede mal ein bisschen ein bisschen leiser weil wir haben gerade nachbarn wir sind immer noch auf dem stellplatz von alvin hier und ja sind früh wach früh aufgewacht bin ich heute weil es hat geregnet hier in portugal das glaubt eigentlich das ist echt also richtig richtig laut immer von aufgewacht und ich konnte noch nicht mal einschlafen ist aber ganz gut weil heute ist endlich mal schönes wetter angesagt für den tag das heißt wir werden mal wäsche waschen ganz viel gibt es ja auch eine wäscheleine und wir sind natürlich eingestickt am strom ausnahmsweise mal und wir haben ausnahmsweise mal wasser und müssen nicht drauf gucken also das nutzen wir jetzt heute noch gucken wahrscheinlich bleiben wir auch noch eine nacht ja ja wir zeigen euch gleich auch mal den platz aber jetzt erstmal wach werden alle wach werden lassen und dann mal gucken so hallo liebe leute ich melde mich mal ja wir hatten heute einen schönen ruhigen tag hier sonnenschein das war sehr schön waren auch schon vorhin ein bisschen laufen in der umgebung es ist super super ruhig also der platz hier ist irgendwie ziemlich ja bei so einem dorf also eigentlich nur ein paar häuser so in der nächsten umgebung wir haben beim spaziergang auch schon mehr sehen können zwischendurch aber das schon noch ein stückchen weit weg ganz schön ganz entspannt hier ja wir haben übrigens schon wieder ein eukalyptus gesehen wir haben jetzt gehört ja ja die wuchern und so wo sie stehen halt da und an sich ist es eine wunderschöne pflanze wir haben jetzt gesehen ein eukalyptus baum da waren jetzt ganz viele früchte dran und teilweise aufgeblüht teilweise verblüht die blüten haben wir jetzt auch zum ersten mal gesehen ja finden wir ganz besonders aussehen und schön und es duftet so gut das ist so eine cork eiche hier ist schon abgeschält das fühlt sich total hart an ich echt hart wie blech oder stein hat wie beton und das hier total weich da erkennt man richtig das weiche cork also wie ein korken aus dem wein so weich fühlt sich das an vielleicht ein hauch ne schon so vielleicht ein hauch härter aber nicht wirklich und das wird halt irgendwie abgeschält ja und was anderes lustig ist die hecke hier vorne ist komplett rosmarin ja wenn man damals zum kochen braucht hat man ausgesorgt gewürze ich schneide gerade den belag für die pizza die wir jetzt machen eigentlich macht man ja noch käse drauf aber wir haben kein käse also dann wird hat man ohne käse pizza was man nicht hat kann man nicht drauf machen ja wir schwelgen im luxus es hat gestern den ganzen tag geregnet wir haben wäsche gewaschen und alles und computer angehabt und wir können trotzdem backen wenn wir mal im strom hängen dann nutzen wir das natürlich auch ich muss euch mal was zeigen und zwar wir haben jetzt was gemacht was wir noch nie gemacht haben die belichtung jetzt wird schon besser guckt mal manche werden jetzt sagen hä da ist ein kabel eingesteckt wir hängen am strom und das haben wir bisher noch nie gemacht irgendwie komisch man muss nicht auf den strom achten in dem sinn weil er kommt nicht aus dem akku sondern kommt aus versteckdose da hat auch was so wir fahren ab wir fahren ab aber ich zeige euch noch mal ganz kurz den platz hier und zwar das ist ein stellplatz oder campingplatz von der privatperson wir stehen hier wir haben noch einen nachbarn dabei und hier gibt alles hier gibt es einen bodeneinlass zum wasser ablassen dann laufen wir mal ein kleines stückchen weiter man sieht wenn das wetter jetzt besser wäre die berge da von der algarve jetzt sieht man es nicht mehr sieht man vom eingang aus toilettenkassette kann hier rein laufen mal schön den weg entlang ja bei schlechtem wetter sieht es alles nicht so berauschend aus aber eigentlich ganz cool hier gibt es ein kleines klo häuschen warst du schon mal in der anderen tür drin gehen wir mal gucken was da ist und hier hinten dran gibt es auch noch ein waschbecken eine waschmaschine eine außendusche jetzt mal gucken was Lisanne sagt was ist da drin okay also gibt es zwei toiletten mit waschbecken ja wäscheleinen und dort gibt es auch zwei schläuche ich glaube gerade mal hin zum wasser füllen also alles da und es gibt auch noch mehr plätze die plätze an sich ist halt schotter aber da gibt es auch also hier passen bestimmt zehn wohnmobile hin wenn man eng steht und jetzt gerade sind nur zwei da ganz schön gemacht und der besitzer ist ein deutscher hier in portugal total nett alvin war ganz freundlich hat auch viel erzählt war auch selber reisender früher und das merkt man einfach weil es super eingerichtet alles was man wirklich braucht es leicht zugänglich auch ja es ist ein prima platz das ist sehr sehr ruhig gelegen also hier sind es jetzt nicht so in unmittelbarer nähe eine stadt oder ein dorf oder ein laden aber man kann trotzdem schön spazieren gehen haben wir ja gestern auch schon ein bisschen gemacht und hat ja einfach seine ruhe also man merkt sie liest es auch in den bewertungen ein bisschen auf park for night die leute wollen eine oder zwei nächte bleiben und irgendwie bleibt man doch länger weil es ist so entspannt weil bei uns auch so wir dachten eine nacht ja und jetzt sind wir drei nächte hier gewesen ja es ist ein sehr schöner platz und ja man fühlt sich einfach willkommen und das ist schon mal viel wert und der preis ist auch echt super für die gegend finden wir und ja der platz ist ein bisschen zweigeteilt es gibt hier im eingang große fläche und weiter hinten die fläche wo wir jetzt stehen laufen wir mal hier vor ja also es ist ziemlich viel platz für wohnmobile als weil hier vorne könnten theoretisch leute stehen da hinten wie jetzt stehen zu zweit und vielleicht passt noch einer hin also ja man hat hier richtig platz ja der platz ist echt cool können wir echt empfehlen sehr entspannt in der infobox unten schaut mal rein da sind die koordinaten und für uns geht es weiter richtung süden ja dann nach die nachbarn hier haben hunde und was wir schon gelernt haben die portugiesen bei denen ist der hund nicht so ein haustier der immer auf dem schoß sitzt wie bei uns deutschen sage ich mal sondern der hund ist halt da der kriegt manchmal fressen und dann soll er wieder draußen sein oder der ist einfach da und da wird sich nicht so stark darum gekümmert zumindest haben wir das jetzt so gehört von den leuten und hier kommen einige hunde von den nachbarn die kommen einfach hier vorbei und dann sind hier fünf hunde auf dem hof und gucken interessiert und irgendwann sind sie wieder weg aber die machen alle nächsten total lieb und ist natürlich auch im gleichen atemzug und hunde freundlicher platz also wenn ihr mit eurem vierbeiner kommt kein problem ja leute wir sind jetzt auf einer kurvigen straße am fahren nee aber wir sind jetzt in der algarve ja und zwar diese brücke die ihr gerade gesehen habt ist die verbindung zwischen alentejo und algarve und ja da fahren wir jetzt wieder in einen neuen teil portugals mal gucken was uns da erwartet wir sind gespannt ja leute wir haben uns entschlossen wir gehen nach amerika wir fahren nach amerika ja